Ich bin Emil. Emil Sylvester Arnhilm. Ich bin hier an diesem Ort aufgewachsen, bin aber vor zwei Jahren fortgezogen. Ich verbrachte dann eineinhalb Jahre in Oberammergau auf der Schule für Holzbildhauerei. Ach ja, zwischendrin machte ich auch eine Reise nach Taiwan, China. Ich bin sehr begeistert von den Menschen dort und will unbedingt wieder einmal dorthin. Damals beschäftigte ich mich viel mit Videoarbeiten. Dies ließ dann in Oberammergau etwas nach. Dort lag mein Fokus kurze Zeit mehr auf der Bildhauerei und Grafik. Allerdings fand ich mich in diesen Arbeiten nicht wieder. Auch dann noch, als ich die Schule bereits abgebrochen hatte. Doch das habe ich erst vor ein paar Monaten gemacht. Ich bin an dieser Entscheidung sehr gewachsen. Nun frage ich mich, wohin ich weiter wachsen soll. Gerne würde ich mich wieder auf meine intensive Auseinandersetzung mit dem Film einlassen. Doch gerade traue ich mich noch nicht, wieder experimentell zu arbeiten. Vielleicht werde ich mich in Form eines Studiums weiter damit befassen. Von der Zeit hier, jetzt am Ursprungsort meines Lebens, hoffe ich zusammen mit Teresa auf eine intensive Arbeit und auf die Weiterentwicklung und das Entdecken eines neuen Projektes oder Thema, mit dem ich mich auseinandersetzen möchte. Wahrscheinlich in Form eines Films. Verde ich mich. 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 Vielen Dank.